Hallo und herzlich willkommen zum Europawetter fürs Wochenende mit den Aussichten für die Sonnenstunden. Man hat es ja allen Teilen schon gehört, es ist nicht so in den deutschsprachigen Ländern in weiten Teilen das brüllende Sommerwetter übers Wochenende und es gibt ein paar Möglichkeiten so in der Nähe sich nicht weit weg zu bewegen und dann hat man dann doch schon deutlich mehr Sonnenscheindauer. Man sieht das geht fast in alle Himmelsrichtungen. Generell ein guter Tipp übers Wochenende ganz, das östliche Russland Nizhny Novgorod. Da ist man dann schon bei 16, 17 Stunden Sonnenscheindauer in der Endabrechnung, aber auch schon von Moskau an ostwärts wird es deutlich schöner und sonniger. Richtung Süden rund ums Mittelmeer auch ganz freundlich. Auch ein guter Tipp, das nordwestliche Norwegen und auch die britischen Inseln übers Wochenende durchaus bevorzugt, wenn man nicht in den Westen Irlands geht. Da sieht man auch, wenn man mal einen Tag weitergeht Richtung Sonntag, die hier weiterhin mit der Ausnahme im nördlichen Spanien, kantabrisches Gebirge, Baskenland. Da zieht es dann doch auch zu, aber sonst rund ums Mittelmeer einigermaßen viel Sonnenschein. Auch Italien, wenn man weiter runterfährt und eben wie schon erwähnt auch Teil des Skandinaviens und der britischen Inseln durchaus mit einer angemessenen Sonnenscheindauer. Wenn Sie für Ihren Urlaubsort im Detail gucken wollen, Wetter.info ist eine gute Möglichkeit. Unwetterzentrale.de für alle Warnungen, auch für viele Urlaubsländer, der Twitter-Account oder eben auch der WordPress-Account wetterkachelmann.wordpress.com. Schönes Wochenende. Einquater.info